Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tram Simulator. Jawohl, wir sind wieder hier on Tour, müssen hier noch ein bisschen leveln und ich muss glaube ich jetzt erstmal hier erstmal runterdrehen. Ah ne, doch nicht. Alles klar, läuft. So, wir fahren hier nochmal unsere Route, in der Hoffnung, dass wir dann so laut, so richtig laut jetzt gerade. Ist ja die Soundeinstellung irgendwie verändert oder was. Ja, damit wir hier hoffentlich hier die Stadtteile gelevelt bekommen, auf Stufe 2. Sollten wir eigentlich hinkriegen. Ah gut, schau mal. Oh. Gut, dass ich hier gesehen habe. Hier. Okay, der war schwach. So, okay, alles klar, wir sind da. Gut, dass ich die Leute da gesehen habe auf den Zehnerstreifen. Jawohl, sehr gut. Wir brauchen ganz, ganz dringend hier, äh, ja, das Meeting mit dem Vorstand vorzubereiten. So, und weiter geht's. Einmal ein bisschen sanden, damit wir hier vorwärts kommen. Jawohl. So, sehr gut. Wow, kommt der Acre here. Äh, mutig, mein Kollege. Äh, warte mal, muss man da mal kontrollieren, wenn der eine Fahrkarte abgelaufen ist, Kollege. Da muss ich gleich nochmal gucken gehen. So, weiter geht's. Ja, die Strecke immer wieder. Aufs Neue. Eins. Träumchen. Ja, der könnte gar nicht mal irgendwie einen vernünftigen Screenshot machen. Zack. Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Stop, 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 stop. Ah, verdammt. Okay, soviel zum Thema Screenshot. Mist. Ich hab mich verfahren. Voll nicht aufgepasst. Gut, fahren wir mal eine schnelle Runde. Ja, kein Problem. Wir sind ja erst 30 Sekunden zu spät, von daher geht's, ja. So, ich hoffe mal, dass mir jetzt hier keiner von Zebra Streifen rennt. Irgendwo. Wir bimmeln mal vor sich selber. So, zack. Und dann sind wir auch gleich schon wieder da, ne? Gar kein Problem. Was aber echt laut geworden, kann das sein? Wo stehst du denn, wenn einiges Wort kommt? So, hier müssen wir da abbiegen. So, zack. Sind wir schon wieder auf der Route. Ich mag die Stimme des Nachrichtensprechers. Gar kein Thema. So, warte mal. Und schon haben wir wieder umgestellt. So, wollen wir hier mal ein bisschen langsamer ranfahren. Und ein bisschen bremsen. Jawohl. Ja, anderthalb Minuten. Zu spät. Geht doch. So. So, kommt mal rein hier. Gehen wir da rein, dass ich mal raus. Die haben schon alle keinen Bock mehr. Stellen schon direkt alle aus. Mal schnell nochmal in die Fahrkarten checken. Schönen Tag, die Fahrkarten. Ah, jawohl. Dankeschön. Da war das schon der erste direkt mal wieder ohne Fahrkarte am Start. Aha, danke, danke, danke. Ah, hier sitzt einer. Na, perfekt. Haben wir doch gekriegt. Hallo. Also eventuell der Typ, der ihm gesagt hat, ich glaube, meine Fahrkarten ist abgelaufen. Könnte sein, ne? So, hier wieder ein bisschen sanden. Jawohl. Und Abfahrt. Ah, da lief noch ein Oma. Ey. Was huckt denn da so? Was war denn das? So, einmal hier links. Jawohl, wäre gut. So, warte mal, jetzt müssen wir mal mal aufpassen hier. Na, nein, umstellen, umstellen, danke. Immer dieses Zurückfletschen dann, ne? Voll nervig. Ja, weil. Aber mal nicht so viel Gas geben. Nächste Haltestelle ich nicht da. Mann, ich könnte jetzt wirklich chinesisches Essen aus Rückenbaut vertragen. Ich habe gehört, die haben die besten Nullen. Jawohl. Was? Zu spät. Ah, gut, okay, mein Gott. Passiert, ne? Passiert, kein Problem. Und weiter geht's. So, bis jetzt konnte man noch keine Haltestelle wieder hier aufleveln. Ich hoffe aus meiner zweiten Runde. So, muss man langen. Weil ich habe auch noch mal die anderen Haltestellen da so ein bisschen mal kontrolliert, mal geguckt. Also da haben wir schon viele auf Stufe 2. Das heißt, wir haben da eigentlich keine Probleme, dass wir dann den Stadtteil nicht aufwerten können. Aber die Haltestellen hier, die müssen halt auch noch. Und schon wieder zu spät. Ja, gut, okay. Ganz verstanden, danke. So, zack. Okay, und wir müssen da lang. Na, komm. Ganz langsam hier auf die Kreuzung zurollen. Na, komm, mach grün hier. Ich will eigentlich nicht stehen bleiben. Jawohl, sehr schön. Und vorwärts. Los, wanden, wanden, wanden. Jetzt will ich hier auf Geschwindigkeit kommen. Man sieht hier gar nichts. So, was haben wir jetzt? Sechste alte Stelle von 8. Kein Problem. Nächste Runde, spätestens. Hoffentlich drauf. Sehr schön. Das war mal ein geiler Haltevorgang. So, komm rein, Lady. So, dass wir hier weiterfahren können. Jawohl, wäre gut. Und Abfahrt wieder. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die andere Bahn da ein bisschen besser aus den Füßen gekommen ist. Aber gut, die konnte ich mir jetzt nicht leisten. Dann müssen wir jetzt erstmal hier mit diesen alten Dingern fahren. So, die Kreuzung ist rot. Und jetzt ist schon wieder grün. Ja, toll, danke. Dann hätte ich noch durchziehen können. Naja, egal. Vorricht hier. Schnelle Bahn im Bahnmarsch. Ja, komm. Und Meter. Jawohl, jawohl, jawohl. Also der Haltevorgang läuft immer richtig gut. Und wieder Zahltag. Sehr schön. Kostieren wir dann erstmal wieder hier die Kohle ein. Oh, was? Wo ist der Wertgegenstand? Wer sucht, der findet. Sitz benutzen. Da, ne? Ist das hier das? Okay, Hammer. So, schnell die Tickets nur kontrollieren, wenn wir aber schon einmal dabei sind. Wenn wir schon einmal stehen können, wollen wir eben hier die Tickets kontrollieren. Und zack, jawohl, dankeschön. Service mit Ihnen. Ja, vielen Dank. Ja, okay, alles klar. Hinsetzen. Und weiter geht's. Na gut, wir haben ja da hart kurz Zeit verloren dadurch. Aber wir haben eine Wertgegenstand gefunden, ist ja schon mal gut. So. So, soll ich mal her? Ja, es ist blöd, dass wir so spät sind jetzt. Okay, ich hab erst gedacht, da steht einer. Hab schon mal Augenwinkel gesehen gehabt. War aber nur die Laterne. Alles gut. Alles gut. Hey, das mit dem Wimmel, das funktioniert, ne? So, ich hab schon mal hier auf die Kreuzung zu. Ich hab gehört, dass es ein guter Abend geht. Ein bisschen Höchchen hier drumherum. Und da sind wir auch schon wieder an der Endhaltestelle. Jawohl, sehr gut. So, zeig mal her. Okay, hier gibt's nichts zu sehen. Ähm, wir schauen mal gerade hier auf die Haltestellen-Informationen. Naja, ich würd sagen, nächste Runde können wir die hier auf jeden Fall leveln. Das heißt, weiter geht's, ne? Aber ich möchte da lang. Abfahrt. So, es war ja keiner eingeschlafen, ne? Ich glaub nicht. Sehr gut, noch eine Runde und dann sollte es eigentlich soweit sein. So, nicht so schnell hier in die Kurve reingehen, bitte. Jawohl. So, noch einmal noch da, bitte. Ja, Zeit. Naja, ein bisschen. Jawohl. Jawohl, und die Haltestelle dürfen wir ausbauen. Warte, ist das die? Nee. Die ist das. Jawohl, schon noch. Oh, verdammt. Hä? Frage zur Route, wo der... Oh, jetzt... Nee, ich hab ja nicht... Oh, jetzt war ja gerade Stufen hier am Ausbauen. Ach, verdammt. Egal. So, Abfahrt. Oh, der hat das Blinken der Haltestelle dort akzeptiert, okay. Sehr gut. So, ma mal gucken hier. So, dass wir jetzt hier Haltestellen. Jetzt müssen die Haltestellen gelevelt werden. Jetzt sollte es losgehen. Und dann haben wir bald die Stadtteile dann hier. Endlich auf Stufe 2. Okay, also das wird die Bremsen funktionieren echt mittlerweile richtig gut. Muss ich sagen. So, zack. Na, setzen Sie sich mal hier. Guter Mann, danke schön. Frag Atto. Wen haben wir denn hier noch nicht kontrolliert? Ich habe keine Ahnung. Der ist hier noch nicht drin gewesen. Okay, alles klar. Die haben alle eins. Na gut, dann nicht. Schade. Also sehr wenig die hier ohne Ticket unterwegs sind, ne? Ich finde. Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Echt? Wollen wir ja Müll weg hier. Nein. Jawohl. Also da muss man echt mit dem, ähm, mit dem Weichestell, da muss man wirklich früh mit anfangen. Gucken, dass er das schon richtig akzeptiert. Was läuft, dann muss ich zurück. Hier, bis dann. So. Jawohl, sehr gut. Oh, und dann haben wir auch schon direkt in die nächste Haltstelle gekommen. Bitte lasse ich jetzt hier leveln. Immer noch nicht. Ich breche ab, ne? Richtig mies. Hey. Hey. So, wer kommt denn da noch? So, noch jemand? Ne, das war's. Alles klar, rein, ja? Ach, jetzt fängt's wieder zu regnen, ne? So ein Mist, ey. Naja, egal, kann man ja nicht ändern. Genie da gerade ineinander gerauscht? So, hier muss man auch haltig aufpassen mit dem Umstellen der Weißen. So, jetzt sind wir auch schon wieder hier. Siehse, na jetzt, okay, jetzt hat er das. Ja, kann ich machen. Zack. Aber ich schreibe mich an, auch wenn ich es dadurch nicht wirklich mit Verbesserungen ausmachen kann. Oh, ne, jetzt nicht. Ja, schlecht ist er aussteigt. Das mit der Musik ist auch hier so dämlich, ne? Vor allem, weil ich nicht nach hinten gucken kann, irgendwie durch den Spiegel oder sowas. Ja, toll, jetzt hat er aus, oder was? Super. Okay, raus mit dem. Das hat er jetzt gebracht, ne? Nicht? So, komm, komm rein, können wir rausgucken. Und weiter geht's. Richtig mies. Das ist jetzt immer noch keine haltschillige Levitt. Ich glaub's ja. Nicht, dass wir hier noch eine Runde fahren müssen. Ich glaube, wir sind hier noch eine Runde fahren, aber ich glaube, dass wir hier noch eine Runde fahren müssen. Alle schreien, alle schreien, jawohl, sehr gut. Herrlich und Abfahrt. Naja, wir brauchen ja nicht immer das Sand hier. Marina, nächste Haltestelle. Weil da voll hier die Kurven abbrechen. Hey, gefühlt ist das echt lauter geworden. Keine Ahnung, ich werde es mir die erklären. Aber wenn man den Haltepunkt treffen, dann kriege ich es immer besser hin. Das passt mal richtig gut. Gut, hier hätte ich noch einen Meter auf zwei vorfahren können, aber läuft schon. Oh, eine Abfahrt. So, mal kurz mal wieder ein bisschen ansandeln, jawohl. Sehr schön. Herrlich. Oh, Vorsicht. Das wird nicht herrlich. Alter, Spiele. Na komm, fahr. Das war aber ziemlich hart knapp, ne, kann das sein. Ich hätte da gar nicht drauf geachtet, dass so ein Auto steht. Also, wie gesagt, der Scheibenwächer, der ist halt auch, ne, komplett irgendwie, bei der Bahn hier so ein bisschen sinnbefreit. Also, ich sehe genauso bescheiden auch, wie, äh, das fände ich nicht an. Also, der macht wirklich gar keinen Sinn, irgendwie. Jawohl, wieder im Zahltag, sehr schön. Zahltag bringt uns aber nichts, wir müssen leveln. Aber dann, wie sieht es denn hier aus, mit dem Leveln? Sag mal her, boah, alter Schöne, tatsächlich noch eine Runde, ne? Das ist krass. Tatsächlich noch eine Runde fahren. Der nimmt nicht, nimmt den nicht an. Richtig mies, aber gut, egal. Es wäre keine lange Strecke, das geht ja, ne? Am Fäberstreifen nehmen wir Wimmeln. Ganz wichtig. Und am besten auch hier an so einer Kreuzung, ne? Jawohl. Läuft ganz gut, das Ding. Würde ich jetzt nur so behaupten. Okay, warum stehen hier Autos? Jawohl. Und da sind wir auch schon wieder. An der Endseilstelle. Ja, aber sehr gut. Und raus mit euch. Ja, aber sehr gut. Da laufende Peoples. So, und ich würde sagen, wir machen direkt auch eine Runde. Weil... Ich will jetzt endlich hier die Stadtseile aufwerten. Da führt kein Weg mehr vorbei. Ah, 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 ah. Bleib da nicht stehen. Fahr doch, wenn weiter. Was stimmt denn bei dir nicht, Kollege? Weißt du, der sieht mich noch schon kommen, anstatt weiterzufahren. Nee, bremst du. Danke. Was war denn der Quatsch? Ich kann aber direkt durchziehen. Verdammt. Oh, ich sollte vielleicht mal einen Blick ausmachen. So, okay. Noch eine Runde. Transit Terminal. Na, jawohl. Brecht hier voll rein. Läuft bei mir. Wir haben ja keine Zeit, ne. Wir müssen ja Gas geben. So, sehr gut. Wir stehen. Kommen so rein, Sir. Oh, Lady. Und weiter geht's. Wir sollten mal reinsanden hier in den Laden. Jetzt sollte es aber dann endgültig in dieser Runde hier passieren, denke ich mal. Oh, nicht brennen. Oder zumindest nicht so viel. Jawohl. Kann die Sonne jetzt mal wieder hier rauskommen? Scheibe mich, er nervt. Und die erste Haltestelle ist am Start. Und ich hoffe, dass wir die jetzt bitte hier mal, äh, leveln können. Jawohl. Und jawohl. Jetzt geht's los hier. Jetzt können wir die Haltestelle leveln. Sehr gut. Zack. Was? Was? Jawohl. Sehr gut. Kommt. Also jetzt machen wir uns hier klar, ne. Diese Runde. Im Regen. So, zack. Wir haben ein bisschen schnell gewesen. So, zack. Hier unten rechts rum. So, hat er schon jetzt gezählt mit dem Blinken an der, an der Kurve. Oh, bleib stehen. So, hat sie sich anhand der Bilder eine Geschichte ausgedacht. Das war so süß. Okay. Hier können wir, oh, hier kommen wir schon auf Stufe 3. Sehr gut. So, ein Fahrgast fragt nach einer was. South Regatta. Ja. Was, was für ein Aufwecken? Ist ja alle eingeschlafen, oder? Moment. Ne. Alles gut, alles gut. So ein Fahrgarten kontrolliere ich jetzt mal gerade nicht. Weil wir müssen jetzt viermal wirklich Gas geben. So, mal ein bisschen Sanden hier. Ah. Okay. Gerade auch so gut gegangen. Nächster Hals. South Regatta. Auf geht's zum nächsten Hals. So, South Regatta. Können wir dann hoffentlich auch ausbauen. Hier muss sie raus. Jawohl. Ja, du hast schon gesehen, dass hier auch noch eine Bahn fährt. Jawohl. So, zack. South Regatta. Also, wie an der Schnur gezogen, ne? Wie an der Schnur gezogen, würde ich sagen. Das ist mit dem Rennen, kriege ich langsam hin. Der Rest, ja, muss noch, ne? So, auf geht's. Warum konnten wir jetzt South Regatta eigentlich nicht aufbauen? Man weiß es nicht. So, hoffe ich mal, dass wir die jetzt hier ausbauen können. Regatta und Jetty. Jawohl. Jawohl, jetzt können wir. Sehr gut. Zack. Reißt aber immer noch nicht. Na ja, da können wir nicht aufbauen. Und einen Fahrtag kriegen wir. Na ja, da muss ich nicht aufbauen. Im Notfall können wir immer noch Pizza essen gehen. So, weiter geht's. Wir müssen auch hier die Stadtteile auch endlich aufgewertet kriegen, ne? Ich krieg eine Krise. Muss aber so langsam funktionieren hier. Schauen wir mal bei Marina vorbei. Gucken, was Marina so sagt. Oder hat man die Marina gleich vorbei gefahren, ne? Ah, nee, easy. Jawohl. Auf den Laden. Alter, können wir auch nicht ausbauen. Ah, doch jetzt. Der Wind hat mir die Frisur komplett ruiniert. Dank ihrer guten Arbeit wächst unser Netzwerk kontinuierlich und die Qualität unserer Angebote steigt. Die Straßenbahn ist in Angelshaws nicht mehr aufzuhalten. Oh, ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass auch die Suburbs auf der Westseite der Bucht an unser Netz angeschlossen werden können. Und auch der Bau unserer Highwaystrecke geht gut voran. Wir können bald die ganze Stadt miteinander verbinden. Wir sind auf Schiene. Die Vorstädte im Süden der Bucht sind in den letzten Jahren etwas vernachlässigt worden. Das müssen wir unbedingt ändern. Warum, möchten Sie wissen? Na ja, dort sammeln sich die meisten Autos in Angelshaws. Auf und neben der Straße. Es ist höchste Zeit, dass wir was tun. Wir sollten deshalb zunächst versuchen, die Stadtteile Millbrook, Baytree, Copperpot und Greenwood miteinander zu verbinden. Wir werden mehrere Straßenbahnen der Linie zuteilen. Achten Sie darauf, dass wir diese immer den Bedarf entsprechend einrichten. Effizient ist das Zauberwort. Effizient ist das Zauberwort. Jawohl, wir haben es geschafft. Die nächste Route haben wir. Öffne das Kartenmenü. Nee, nee, ich öffne jetzt erstmal hier meinen Arbeitsplatz. So, zack, nice. Sehr schön. Wir verlassen die Route, geben das meiner Kollegin ab oder dem Kollegen, je nachdem. Sehr gut. Und da würde ich sagen, ey, machen wir doch hier direkt ein Folgenende, ne? Machen wir hier ein Folgenende. Ja, wir haben eine neue Aufgabe. Wir müssen hier Millbrook, Baytree, Copperpot und Greenwood miteinander verbinden. Und Baytree oder Greenwood auf Stufe 2 ausbauen. Kriegen wir hin. In der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch ein schönes Osterfest. Und ja, sehen wir uns in der nächsten Folgen wieder. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.